recht herzlich willkommen zur zwölften folge von stellares ja letztes mal waren wir hier aufhören dieses schiff hat noch im auftrag genau der muss noch diesen planeten erforschen die anderen sind weg und wir hatten vor was haben wir frage ach so dieses system hier danach zu erforschen das hier am rande liegt da wollen wir dann die forschung weiter treiben aber irgendwie wollen wir unser reich noch erweitern und was haben wir sonst noch beobachtungsposten müssen wir noch machen diese primitivität zivilisation wo ist denn diese zivilisation da müssen wir erstmal gucken weiß gar nicht mehr wo das war irgendwo waren die das hier auf der karte angezeigt wir in der land potenziell bewohnbar wo war das denn mit diesem dieser zivilisation das sieht nicht so aus als ob ich wüsste wo das war ne ne hier nicht wir können ja mal hier so lang gehen waren die hier ne das denke ich auch nicht das war unser zweites system glaube ne asteroid ne das war hier auch nicht irgendwo haben wir die entdeckt aber wo war das verkehrt wir oder sind wir ja weiß ich jetzt auch nicht hier zu sehen das müsste eigentlich erkennbar sein aber das hier ne hier war das ja nicht da wollen wir ja drinnen hm irgendwann kommen wir da schon zu lassen uns dann mal überlegen was wir als nächstes machen erstmal kann die zeit laufen und haben wir jetzt hier zu nein wir waren in dem system zuletzt ne oder so da musste noch was erforscht werden ne ja komm schon jetzt in das system rein so da sind wir in dem system drinnen und jetzt muss nur noch dieser planet hier erforscht werden die gefrorene welt und wenn wir die gefrorene welt erforscht haben dann wissen wir bescheid ob hier irgendwas möglich ist oder nicht aber wir müssen trotz alledem gucken ah guck mal da gibt es sogar zwei sachen system erkundet ok dann können wir den jetzt nehmen und gehen mal auf die suche hier hin aber da kann man jetzt nicht sagen system erforschen jetzt macht er das hier ja ja wieder doof gelaufen ne ne da krieg ich doch nicht ja was ist das technologie erforscht grenzreichweite plus 20% ok dann machen wir eine neue erforschung wo sind zwei sachen ausgelaufen interessant und das war das ne ok hier ist irgendwas umrandet neue komponenten energiesauger möglich beseitigung von gefährliche tierwerte möglich beseitigung von aktivem vulkan neue gebäude xenozoo da ist jetzt grad was passiert da machen wir mal pause rein äh äh ja biologie ist das 633 sind es alle achso hier sind wir schon so ein stück dran oder wie sehe ich das hm ja komm zack machen wir das und hier industrie raketenbau energiebetriebene exoskelette geothermisches fracking neues gebäude bergbau netzwerk 2 mineralien plus 5 schadens bonus plus 5 ok neue komponente ist da eine fusions rakete hm was ist das hier rotik ok bergbau netzwerk 2 ist vielleicht auch nicht schlecht ne ja eins von den beiden da geht es 5% hoch und da geht es ja komm wir machen das so was haben wir hier System erkundet ok das kann dann weg ok und das grenzen geschlossen die wollen uns schon wieder nicht mehr haben nicht so wichtig ne gut äh forschungsschiff ist wo zentrieren war wo wir zentrieren gehe zu ach die sind schon da fast gut lass mal laufen so da ist das Forschungsschiff und ich würde gerne das ganze System erforschen ne so kann ich jetzt aber irgendwie nicht und wo ist denn der letzte Planet davon ach so das ist der da oben schon äußerring der ist auch im zweiten Ring der ist auch im inneren Ring ok dann haben die was zu tun ne ok vier Sterne Ingenieurforschung gut so jetzt wollte ich das Konstruktionsschiff mal irgendwo hinschicken und mal gucken hier Außenposten bauen hier müssen wir irgendwo einen Außenposten bauen äh äh ich wollte eigentlich über diese Karte gehen ne dieses System das war ja ganz nett ne da wollten wir vielleicht mal hinfliegen ne und ach so da müssen wir erst den dann den und den Orbit einfliegen das war das Ziel was wir jetzt machen müssen hier haben wir jetzt an für eine neue Stufe erreicht ja das hatten wir schon ne ja das sind ja das Zeug da und jetzt haben wir hier nur drei Planeten Kuberneuer ist da und da keiner und da auch keiner das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen aber wir haben doch keine wir wollen den rekrutieren ne Alter Fähigkeit Eigenschaft Kosten und die sind ja da unten alle teuer ne das laufende Kosten 33 Eifreich und hier aber die bringen uns bestimmt alle was Eifreich Rekrutierungskostenanführer Fähigkeit 1 ist das eiserne Faust Sklaverum 3 Bonus und wir haben ja auch diese dolle ne Umwelttechniker das hört sich gut an aber wir nehmen erstmal den günstigen Rekrutieren und Demis Prime soll Anführer umbenennen nein abbrechen so jetzt ist die auf dem Planeten dann so und da müssen wir noch jemanden haben und den müssen wir auch rekrutieren aber es sind wieder drei zur Verfügung kosten allerdings alle gleich Anpassungsfähig über das hier war Umwelttechnik das gefiel mir ne das war der Umwelttechniker ne ja genau dann sind wir bei dem an dem System gut sind wir auch besser geworden so da kommt das Konstruktionsschiff gut das macht dann da fliegt dann da im Ort mit mit ein ja müsste man mal gucken ne was die da so machen können dann äh was steht denn hier schönes an Physikforschung neue Forschung ah die obera ist auch fertig geworden ok halten wir grad an Abbau von Liturgas ok trefferpunkte Feldmanipulation hier Industrie da gibt's neue Gebäude wenn wir das erforschen die Union ist auch schon wieder was neu Proponente Wächter Angriff ist die beste Verteidigung Deflektoren Deflektoren hm ich bin aber momentan hier so ein bisschen machen wir den ne wegen den Kraftwerken so was nochmal hier Ressourcenspeicher voll das ist schlecht jetzt war das weggeklickt ne ja hier ist er ok er macht da nix mehr oder doch also werden die Pause reingemacht alles klar so und dann Außenposten bauen ja macht er das dann jetzt in Orbit einfliegen dann gucken wir mal wo er geblieben ist jetzt können wir hier einen Außenposten bauen ach der wird da gebaut oder was ja ok dann mach das mal da es erscheint mir ein bisschen heiß aber ok wird schon richtig sein oder wo ist das mal wieder eine neue Stufe erreicht und hier ist der Außenposten dann naja die kriegen ganz schön warm Hintern da würde ich sagen auf dem System ok das ist erledigt dann gucken wir mal unser Forschungsschiff an wo sind denn die haben die das schon alles erforscht 0 0 0 und haben sie nichts erforscht oder was was ist hier los also ja der der Physiker auch nicht schlimm erkunden erforschen vierten Haltung unterstützen Spezialprojekt erforschen würde ich gerne mal aber wollen wir noch ein Spezialprojekt das ist die Frage ja Karte hingehen das haben wir da waren wir wohl schon da waren wir auch Bergbaustation oh das sieht aus als ob wir das erforschen sollten aber System erkunden das war schon Speicher ist vorher das habe ich auch schon und merkt Prozent 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 wir können auch nicht weiter ne ne ja hier die 5000 ne guck mal was hier passiert da gehe zu das dauert wohl noch eine Weile da sind wir da unten auch an dem Fortschrittsbalken und dann können wir dann da weitermachen oder da gut soweit so gut ja Forschungsschiff ist unterwegs nach da unten ok da sehen wir jetzt auch ein bisschen was lassen wir mal reingucken da ist es angekommen oh da ist schon jemand drinnen oder was das sind Piraten wohl oder was sieht denn das aus ok und das sind nicht wenige hier ne wo unser Schiff ist glaub abgehauen ne ja das kennen wir schon so dann nochmal das Forschungsschiff die Karte und wir forschen woanders weiter da waren wir wohl schon da haben wir auch was geguckt dann wäre vielleicht dieses hier noch ganz interessant System erkunden ja dann haben wir was zu tun Konstruktionsschiff ist zu Gange gehen wir mal noch hin und ja da würde ich mal sagen soll es für diese Runde aber auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann mir sein bis dann bis dann cloud bis dann bis dann bis dann es d